In diesem kleinen Video zeige ich euch mal unsere bezaubernde Kollektion Indus und wie man sie traumhaft schön kombinieren kann. Indus, das sind wunderschöne, zarte Federn, herrlich geformt in Sterling Silber. Ich zeige es euch einmal ein bisschen näher im Detail. Es gibt diese wunderschönen, zarten Federn in ganz vielen verschiedenen Varianten. Einmal, wie ihr es hier seht, wunderschön, eine Feder in Sterling Silber. Sind sie alle in puren Silber oder in Rosé vergoldet, jeweils mit einer Länge von circa 4 cm. Dann gibt es diese wunderbare Feder auch nochmal in geschwärztem Sterling Silber. Da muss ich mal meine Hand hinterhalten, sonst ist es zu dunkel. Immer mit einem wunderschönen, passenden Karabiner in Sterling Silber dazu versehen, sodass man es herrlich in jedes Collier einhängen kann. Oder auch, gleich werde ich euch das auch zeigen, in so eine wunderschöne Langkette reinhängen kann. Dann gibt es das Ganze nochmal in einem Blatt in kleinem Silber. Der hat dann eine Länge von circa 3 cm. Da kann man auch mal wunderschön in ein Gliederarmband hängen, wer so ein bisschen Charmes auch an den Armbändern liebt. Und dann gibt es noch zwei Kombinationen, wo gleich zwei oder beziehungsweise drei Blätter zusammen sind. Auch das zeige ich euch mal einmal hier, die Kombination aus dem großen Indus Blatt in geschwärztem Sterling Silber und dem kleinen in purem Sterling Silber. Oder auch diesen wunderschönen großen Anhänger. Auch das sind gleich drei herrliche Blätter. Einmal ein großes geschwärztes Blatt. Das hat sogar eine Länge von 6 cm. Dann den kleinen Anhänger mit 4 cm in Sterling Silber und das rosé-goldene Blatt auch nochmal mit dazu. Alle gleich an einem Anhänger. Also auch das mal was Schönes fürs Collier. Aber besonders schön sieht es natürlich aus, wenn man es mit unserem traumhaften Trendy Collier kombiniert. Das Trendy Collier ist ein Sterling Silber Collier, das so ein bisschen größer gliedrig gehalten ist. Bewusst, dass man halt wunderschön auch diese herrlichen Anhänger, diese Indus-Anhänger, diese zarten Federn reinhängen kann. Das Collier gibt es zentimetergenau. Also ihr könnt ganz entscheiden, wie ihr euch das lieber mögt. Mögt ihr lieber eine ganz lange Kette, mögt ihr lieber eine kurze Kette. Das Collier kriegt ihr, wie gesagt, zentimetergenau. Und es ist an den Enden offen, sodass ihr hier wunderschön als Verschluss hier sozusagen so einen kleinen, ich zeige es mal, Beatstopper ransetzen könnt. Der hält schon mal die Collier-Enden zusammen. Und dann kann man wunderschön das so ein bisschen versetzt mit den herrlichen Federn schmücken. Na, man kann hier zum Beispiel auch mal die größeren Federn mit reinsetzen oder den Dreier-Feder mit reinsetzen. Und wer mag, darf das auch noch mit wunderschönen, funkelnden, sparklenden Beats kombinieren. Hier habe ich jetzt natürlich passend zu den Anhängern in Silber und Rosé-Gold unsere Stirling-Silber-Beats mit den klaren Swarovski-Kristallen, mit den wunderschönen peachfarbenen Swarovski-Kristallen und den ganz zarten, hämatitfarbenen Kristallen kombiniert. Und da die Kette ja ganz lang ist, habe ich, ich zeige es euch mal, ich nehme sie mal runter. Also meine zum Beispiel ist 116 Zentimeter lang. Also so eine richtig schöne, lange Pullover-Kette. Und was auch toll ist, ist, wenn man jetzt, wie gesagt, hinten im Nacken sozusagen, habe ich nochmal diesen kleinen Federanhänger. Also das sieht auch wunderschön aus, wenn man das dann so ein bisschen im Nacken trägt. Gibt nochmal so einen besonderen Effekt zusätzlich. Man könnte jetzt hier auch nochmal so einen zweiten Beatstopper einsetzen. Dann hätte man es im Nacken ein bisschen gerader runterhängen. Man kann aber natürlich auch diese Zweierkombination herrlich hier vorne mit in die Enden oder an die Enden der Kette hängen. Und es sieht auch ganz toll aus, das zeige ich euch jetzt mal, unseren Dreieranhänger, den wir ja hier haben, habe ich euch eben schon gezeigt, mit so einem kleinen Verlängerungskettchen. Wenn man den nochmal zusätzlich jetzt hier zum Beispiel in die Kette reinsetzt. Nehmen wir mal eine Stelle, ohne nachzudenken. Ich mache das einfach mal für euch. So, und schon ist das so ein richtig schöner, großer, üppiger Anhänger. Ich zeige euch das auch mal auf der Büste. Ich glaube, dann sieht man es nochmal schöner. Dann kann man wirklich unheimlich toll mit diesen herrlichen Blattkombinationen, beziehungsweise mit den Federkombinationen, nicht Blätter, mit der Federkombinationen spielen und sich ein ganz tolles Wow-Kollier kreieren. Das sieht unheimlich lässig aus. Wie gesagt, sieht auch toll mit den Beats zusammen kombiniert aus. Also hier könnt ihr wirklich spielen und euch euer Traum-Kollier kreieren sozusagen. Und die Federn haben einfach so einen ganz tollen, lässigen Style. Also da würde ich auch, ich empfehle dir ja immer wirklich eine etwas längere Kette zu machen. Ganz egal, ob ihr es jetzt, wie ich es hier habe, in 116 oder so eine 80er, 90er Länge, eher so die klassische Pulloverlänge nehmt. Sieht immer wieder schön und stylisch aus und sieht einfach so lässig aus. Und so unkompliziert wirkt ganz, ganz natürlich, weil Federn ja immer so einen ganz natürlichen Charme haben. Also ich liebe diese Indus-Kombination, weil man damit einfach so vielfältig sich ein traumhaftes Collier gestalten kann. Und wenn ihr diese Federn toll findet und sagt, Wow, das wäre auch mal was Schönes für die Arme, gibt es unsere wunderschönen Indus auch als Armschmuck. Hier mit einer Feder in einer Länge circa von zweieinhalb Zentimetern. Auch hier wieder Sterling-Silber, entweder pures Silber oder Silber-Rosé vergoldet, sind es wunderschöne zarte Armbänder an so einer ganz zarten, feinen Gliederkette und wunderschön auch wieder mit diesem Ziehverschluss. Das heißt, ein ganz einfaches Anlegen und Abmachen, weil man einfach nur diese Perle, die hat so einen Silikonring in der Mitte, auseinanderziehen muss. Und dann kann man sich sozusagen mit einer Hand den Armschmuck wieder festziehen und hat es wieder perfekt am Handgelenk. Hat noch so ein bisschen dieses charmigen kleinen Anhängerchen mit den wunderschönen Kügelchen am Ende. Und wie gesagt, es sieht ganz fantastisch bezaubernd aus. So ganz zarte, feine Federarmbänder. Man sieht natürlich super schön in Kombination auch mit der Kette aus. Oder wie gesagt, man kann es wie gesagt an jedes andere Collier auch ransetzen. Ich zeige es euch aber auch nochmal in der Kombination. Also ist wirklich eine richtig irre Kombi. Man kann natürlich auch am Collier die Beats weglassen. Wer sagt, das ist mir zu viel Glitzer und zu viel Glamour, darf es natürlich auch gerne pur tragen. Auch das sieht wunderschön aus. Aber ich sage mal, ach komm mal, so ein Beat gehört immer irgendwie dazu. Und das sieht wirklich so cool und lässig aus. Also das wirklich einfach mal nur über einem Top im Sommer jetzt getragen, wunderschön. Aber auch im Herbst über einem Pullover ist einfach ein absoluter Hingucker. Also ich bin ganz verliebt in die Indusblätter, weil man mit ihnen halt so schön spielen kann und so viele herrliche Schmuckkombinationen selber kreieren und zusammenstellen kann. Und weil ich so schön passend dazu finde, zeige ich euch auch nochmal unsere zwei wunderschöne Ringe. Das sind Stahlringe, unsere Ringe Maggie. Das sind ganz pure Stahlringe in Silber oder in Rosé vergoldet. Und die sind aufgeraut und diamantiert. Seht ihr das? Also die haben einen ganz irren Sparkle und der geht ganz rum. Also es ist wirklich rund um ein Glitzerring und sieht wunderschön aus. Na, einfach mal nur pur in der einen oder anderen Legierung getragen. Und es ist eben durch diesen herrlichen Glitzer und den herrlichen Sparkle so ein richtig schöner Hinguckring. Und passt natürlich auch wunderschön genau zu den Farben unserer Indus-Kollektion. Also wer das gern kombinieren möchte, auch das sieht wie gesagt zusammen. Ich zeige es auch nochmal. Na, ist genau die gleiche Farbe. Ich hoffe, dass die Kamera das ganz gut anfängt. Passt natürlich auch traumhaft schön zusammen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für diese wunderschönen Blätter begeistern. Wenn ihr, wie gesagt, noch andere Kombinationen sehen wollt oder mal sehen wollt, wie es an anderen Colliers ausschaut, sagt mir einfach Bescheid. Dann mache ich nochmal ein kleines zusätzliches Video für euch. Aber wie gesagt, wer so ein bisschen auf so sehr schön lässigen, urbanen, natürlichen, stylischen Schmuck steht und gern auch mit einem wunderschönen bisschen Glitzer der wunderschönen Beats, fühlt sich bestimmt mit unseren Indus-Charms richtig wohl. Und dann machen wir das wieder.